Hi, mein Name ist Lucia und ich komme aus München. Ich war jetzt eine Woche hier in Softouch und das hat mir total gut gefallen. Für mich war es das erste Mal in Indien und ich wusste gar nicht, was mich so erwarten wird. Ich wurde direkt von einem Mitarbeiter von Softouch vom Flughafen abgeholt. Es hat alles problemlos funktioniert. Ich bin dann hier total nett empfangen worden und habe ein tolles Zimmer bekommen. Und dann habe ich eine Woche hier das Essen genießen dürfen und die Anwendungen. Und es war ein richtig schönes Erlebnis. Es ist ein unglaubliches Paradies, was sie hier aufgebaut haben. Und man fühlt sich total wohl, weil die ganzen Mitarbeiter total herzlich sind und man nicht so diese Hotelatmosphäre hat, sondern wirklich wie in einer Familie eigentlich sich fühlt. Und genau, also es war eine total schöne Woche und ich habe sehr genossen.